Und das nächste Ding, die große Person, ich werde die nun von der noch nicht erwähnen, weil so dass die mir von, oder mir Whatsappen, mir kontaktieren und sagen, du hast als Junge, als du befriedet wirst, hast du mit mir eine frühe Pornowien passiert. Dann sind deine Eltern dort angewandt und dann haben sie gesagt, die sind noch mit im Freundschaft, die saßen nicht mit dir. Dann hast du dir gesagt, du wirst die nicht in die Sonne teilen, wenn wir mit dem Klimawandel in der Freundschaft haben. Dann haben die Eltern die gewarnt, wenn du wirst heranbleiben fahren und befrieden, dann wirst du von dir mich verloren. Das darfst du mir selbst verteilen. Du hast mir viel verteilt, was du erlebt hast. In dem dritten Sinne, was du mit ein paar Pornowien hast, was du mit meinen Früssen, als er befriedet wird, mit mir. Dann hast du dir geschlagen, dass du das mit einem eigenen, was verhauen. Und dann hast du dir gesagt, sonst darfst du dich nicht fahren befreien. Du darfst sagen, dass du befriedet wirst. Du darfst nicht dein Leben erschwenen. Und dann hast du dir die Wollt, pro verschiedene Teile. Und dann hast du dir die Ehrge gesagt, wenn das ist, was du bist, dann sieht die anderen Partner, du verleutst. Du wirst stark. Du darfst nicht seine Dinge fahren befreien. Und dann hast du dir die anderen Jungen sagen und anheben, wo ich schlecht reden über meine Früssen. Wo sind das, die sind dort. Bloß für mich entschleichen, und die anderen Jungen anheben, wo die sagen, dass ich einen, was präumt zu sein, und meine Toe-räumt und was immer, und meine Keeper führen oder was immer. Denn da, was ich mit mir gemacht habe, das Jungen weiß, dass ich richtig sein werde, wer du bist, wo ich nun, ich bin dort zu sein. Das weiß ich, dass die Jungen richtig sein, weil du sind gerade ein Junge. Was ist das nicht, personalmente, mit mir zu helfen, dass du dort zu sein. Für mich sind dort zu sein, wenn du zu dir sein hast. Größte Jungen, die Jungen brauchen nicht Glutgedrehe zu spielen. Die werden sich an sich selbst kümmern. Erst mich anheben und sagen, ich soll nicht mal mit meiner Früssen wegen du, die zählst, wo das von der Person ist, von uns im Jahr an. Und nicht jetzt ganz andere Sachen, wo ich schlecht reden darf über meine Früssen. Ich habe noch nichts mehr als Wahrheit gesagt, wegen du sind bei diesem Ding passiert, und dann kann ich nicht gaudet reden. Und ich war selbst nicht aus der Wahrheit reden. Und dort aus mir hat mein Leben gekostet, aber ich war selbst nicht aus der Wahrheit reden, und das böse Ding, was ich vertelt habe von meiner Früssen, das sind doch passiert. Und das nächste Ding, wenn eine Frühe jetzt wird sagen, aber er Mann, wo Böse da ist. Du, was schäumelt in der Früge sagt, so dass er Mann, er Mann, du lern. Schäumelt, was ist in der Früge sagt. Aber was ich jetzt, denn, der war die Mann im Zentrum, er war die Mann, er war die Mann, er war die Mann. Aber wenn ein Mann, aber auch schäumelt, er war die Mann, und für die Kinder, und was das die Wahrheit, der war die Mann, das war die Mann, das war die Mann, was von Böse das Leben in der Allheit passiert ist. Die Mann, ich krieg von fünf, auf den Kopf gehäfen, weil das bloß die Frau doel dran, und bloß Böse reden, über die Frau. Weil sie nicht gaudet Dinge passiert sind, kann man nicht gaudet Dinge reden. Und ich wollte nicht Leihnis reden. Ich wollte nicht die Blumen reden. und ich habe von Anfang an gesagt den Plan, was ich gemerkt habe und den Grenzen tun, was ich gemerkt habe was ich einen Divorce gemerkt habe, was ich mit meinem Friedhof leben den Grenzen tun soll China move den sollen die Menschen respektar ich will andere Menschen in Frieden luten und ich und ich will mich auch in Frieden ich will kein Divorce sein, was ich kann lieber sein, was ich mit anderen früher mehr am Schwenk ich will ein Divorce sein, ich will im Frieden leben, in was die Meldes, die kann gut haben und wenn ich mit der Taub sein ich kann es nicht ich habe auch viel mehr als Fief er eine Tien-Schancen gegeben ich kann es nicht noch eine Chance geben ich habe es so und so geproft und das nächste denke ich habe eine Frau an dir doch du sollst immer denken weil ich würde dir ein Arbeiter sein oder ein anderer Arbeiter hier aus Wieds und der Arbeiter würde sich von dir Geld ein paar in der Pause stellen würde ich dir eine zweite Chance geben ich glaube nicht und wann die waren die zweite Chance geben und die wurden dort noch brechen die wurden sich wahrer mit Geld stehlen von ihnen und die aus Graute Rekumana wurden von 500 Paus oder 1000 Paus die wurden sich gut stehlen wo die nach China-Multi da haben hungern die wurden noch nichts erwarten was die Geld wie Knoppe die wurden mit nichts da haben wie Knoppe wo die denen die zweite oder die dritte Chance geben wenn die die zweite wollen oder die erste ob er die zweite bedeutet und die dritte weiß ich nein wo die all nicht dann wo die denen von Haft schicken und sagen das kann ich mal bei mir hin schaffen und ich habe meine Früh viel mehr als zwei oder drei oder fünf Schanzen gebt viel mehr dass die mich mit Geld bestuhlen haben dass die Dinge auf dem Haus verkaufen die sich zugehren schäpen die Nerven schäpen und wo nicht alles und ich muss mich beknoten mit dem Geld wo dort genug wird und dann soll ich den Heimer eine Chance geben dem sich von mir zu stehlen und nicht bloß ein Brück unterliegen die kleine Ausschuld mit mir ist viel euer Ich will ein Divorce in Frieden in der Schaf und ich kann nicht in die Bibel und ich kann nicht in den Landesgesatz weil ich ein Divorce habe Ich will ganz in Frieden meine Früh rein ganz aber ich mit dem ich habe auch in Frieden und all die anderen Menschen die sind . Ich mit dem ich habe so respeitbar und so in Frieden zu die für mich verlangen das war ein Trouble ist und es war ein Lähenes upbring für mich alle Lähenes waren in die Forstrand und die Menschen was gave Lähenes bring nicht Der wird sich eurer Lüter vorschlagen. Und wenn der hier ab dieser Welt nicht wird vom Horten den Leuten sein haben, aber dort, war er den ja nicht für eine Ewigkeit. Und so sagt noch, obwohl ich sage, dass ich in dem, dass ich mein Leben kasse, was immer, mir das kasse, aber auch, wo er nicht von dem Wort hat, wo er nicht aufflogen. Und die anderen, was die anderen Menschen bringen, wo er hat, was das schlechte Ding dann bringen für mich, was die mir mal mitnehmen, in dem Zentrum führen wird immer. Wieso würde ich nicht mit dem Jungs, dem Jungs mehr freut, sein sei Reut, dem Fahrer mich dort, 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 da, wo der Tüchen gehen, sondern über mich, weil ich denn nicht bezieht, da, da, dort, wo der Tüten ist. Und sie, wo er die Menschen auf dem Fahrer mich, gehen Sie so nachdenken, unter den Vertalungen von mich. Und sie, was der Tüten, besied mich, Ich zeige mir 100% sage, 99% von den Menschen, die würden sich rachen. Wenn die Vertrauen nicht die Wahrheit von mir. Und das nächste Ding, dort kämmert kein Mensch Wort, wenn ich in die Wurstjauwahl. Kein Mensch kämmert dort Wort. Du hast keiner in Reich, sich an so eine Dinge aus dort zu kämmen. Wenn in Politik zählt, wo sie wahren im DIVORSJU, dort kämmert andere Menschen nirsch. Und was soll, da gibt es einen Mann gestoppt. Und das nächste Ding, was sie mir gefragt haben, mir gesagt haben, ich sei nur später aus meiner Früh, wenn ich keine Kämme mich an mir alt ist, dass ich gesagt habe, dass die Kämme sich nicht an euch wegen Eten gibt. Und ich habe noch ein Tietüber gesagt, auf ein Video oder auf ein Audio, geht nicht in vielen von Leuten verteilen, wo ich all beleucht habe. ich habe, ich habe, ich habe grünlich so viel, Und ich habe immer 5 Jahre allein gewohnt, ich habe einen Säuerprass mit den Hübschbezahlen und mit den Abwaschen und alles. Aber ich weiß so viel, von einem auf den nächsten Tag sind Dinge noch nicht verstock. Weil dort ist verstockte Dinge sind, wo einer auf Eten mitgekriegt. Dort ist mehr aus von 2 oder von 3 Dellen, wo dort nicht gewaschen ist. Und ich soll dann noch bloß einmal schnell sein und mir alles zu vollen lohnen. Und ich sei dann noch einmal allreich. Wo würde die Männer gehen vorher? Wenn dieses dort von den Früh behandelt kriegen. Wo würde die gehen vorher? Und ich habe auch so viel, wenn ich von Arbeit in den Hübschbezahlen würde, wo bei einem Klotgärer bei einem Restaurant auch gehauen, mit dem Onkel sich gekauft, und dann mit einer Hübschbezahlen, wo die Mälte auch kein Eten kriegen. Ich habe so viel zu tun. Wenigstens wird die Hübschbezahlen zum Eten mehr. Aber du wolltest nicht Eten mehr. Und dann brauche ich vom Restaurant Eten, wo eigentlich die Mälte wenigstens Eten können. Und wenn ich hier extra mitgebracht habe, für meine Früh auch, wo sollte ich auch irgendetwas Eten können von dort, wo ich hier noch mitgebracht habe, für uns alle Feuer, soll euch so eine Fertung verhäbt nicht in einem Mal aus dem Bett, noch auch Hunger nicht. Wenn man es dort eindeutig war, denn da habe ich einen Pollenfraut, Betäubpollen, Nervenpollenfraut, und da habe ich dort einen Kaffee süßen, die Mälte ist rein ganz verstaut. Der wollte nicht, ob das ist. Und sie können es mit Pollen betäuben, und dann Hunger an Menschen nicht. Und wo so tun sie an so eine Dinge, als dort Kämmeren? Ich verlang bloß einheitlich von euch. Und ich glaube nicht, was ich meine Verlangen als was mein Reich ist. Ich verlang bloß, dass ich mich Respektar und mich in Frieden mit dem Mälte stoppe. Das ist alles, was ich von diesen Menschen verlang. Und ich sage mir sicher, ich verlang nicht mehr als was mein Reich ist. Und das habe ich noch von Anfang an gesagt, wie immer du läuft, was mein Zentrum fehlt, durch mein Blottassen, durch mein Wuttertassen, wenn du Drogers, Nervenpollen, sieben, mank es, für mich im Zentrum, aber wenn du Drogerspringen hast, dann darf ich mich taucheln, darf ich nicht mich antauschen. Und nun habe ich den, 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 den Examen, den Präuber, was ich, nicht Drogerspringen dau, und dort habe ich auch noch mein Stairs geholt. Und darf ich mich Respektar mit dort. Da habe ich mich in Frieden geholt. Und wenn die glauben, wo dort ein abgemerkter, bekafter Examen ist, dort ist für meine Arbeit, wo die dort mehr anregen. Und die werden nicht bloß mich, die werden alle anstrengen, wir müssen rein alle, den Examen melden. Und heute unterschweigen, das freut mich, wegen dem Examen, hat mich auch lange gejankert, und lange gefehlt. Und nun habe ich den. Und wenn die glauben, wo dort ein abgemerkter ist, eigentlich an die das zu können, rein, tun wir einen freshen Examen melden. Aber doch kein Doktor beteiligen, wo dort ein Examen wird falsch melden. Wer immer dort, was tun wird, wird sich falsch ran. In dieser Lehne, wird sich falsch ran. Dierer Schäuigkeiten, werden sich falsch ran. Und doch tun und denken. Wurde dann kann es passieren, wenn die so eine Schäuigkeiten würden schaffen. Por favor. Da wird mich, mit mir und mir auch gestoppt. So respektar, und so in Frieden lud, was die verlangt von mir. Dann wird kein Mensch Tröbel haben, nicht eigentlich nicht die. Dann werden die keine Tröbel sein, wird alles in Frieden sein. abonniere dich!